Freunde, im Jahr 2020 bin ich damals nach Russland geflogen und habe dort die Huka Club Show besucht. Eine der krassesten Shisha-Messen weltweit und eine ganz, ganz wilde Erfahrung. Ich war noch nie in dem Land, ich war glaube ich zu dem Zeitpunkt noch nie in einem anderen Land für eine Shisha-Messe und bin dort hingeflogen und habe mir dort alles angeguckt. Es gab ein paar Probleme mit dem Vlog und ich habe ihn nie fertig geschnitten. Aber im letzten Stream hat mein Cutter Basti gesagt, guck mal in dein YouTube-Dashboard, da liegt ein Video für dich. Und der Basti hat das Ding durchgeschnitten und mir hochgeladen, sodass wir das heute zusammen angucken können. Noch ein paar Worte wegen Russland-Ukraine, dies, das. Dieses Video hat damit nichts zu tun. Ich bin damals in der anderen Zeit dahin geflogen für ein Thema, was ich liebe, was nichts mit der Politik oder mit sonst irgendwas in diese Richtung zu tun hat. Und ich will auch nichts davon, was da gerade alles abgeht, schönreden oder sonst was. Das ist ein unpolitisches Video. Es geht hier um ein Thema, was Menschen auf der ganzen Welt zusammenschweißt und miteinander verbindet. Und deshalb gucken wir es auch heute noch an. Ich fände es kindisch, das nicht anzugucken, aus Gründen, die nichts damit zu tun haben. Einmal vorweg gesagt, einmal dazu gesagt. Wir gucken uns an, wie der Vergangenheits-Marf 2020 nach St. Petersburg reiste, um dort lecker, lecker Shishi zu rauchen. Ich freue mich und ich mir auch, Basti. Das Geilste ist ja, das ist ja fast wie Neugucken für mich. Was weiß ich, was ich da 2020 gedreht habe, Decker? Keine Ahnung mehr. Ganz wilde Nummer. Wir gucken rein. Okay. Ich muss noch eine kleine... Nee, vielleicht erzähle ich es. Ich weiß es nicht mehr. Ich gucke mal, ob ich es erzähle. Ansonsten erzähle ich es. Background-Infos. Leaks, Freunde. Also, da sind wir schon da. Ihr erkennt schon hier auf dem Screen, da steht schon Kyrillisch. So, einen wunderschönen guten Tag und willkommen. Und wie gesagt, entschuldigt den Bart. Ich dachte mal, ich könnte mir ein Bart wachsen lassen. Ich konnte mir kein Bart wachsen lassen. Die meisten Männer werden es nachvollziehen können. Probiert man wahrscheinlich irgendwann mal in seinem Leben aus und manche stellen halt leider fest, das wird nichts. Da gehöre ich dazu. Zum nächsten Shisha-WG-Vlog. Es waren ja schon einige coole Events dieses Jahr. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen sehr, sehr geilen Event. Und zwar bin ich gerade, nicht in Deutschland, sondern in Russland. Genauer gesagt, bin ich gerade in St. Petersburg angekommen. Ich habe hier sogar noch meinen Koffer neben mir stehen. Ich bin direkt mit Koffer in die erste Shisha-Wall gefahren. Ich habe nach dem ganzen Dilemma am Airport erst mal ein Köpfchen gebraucht. Ich bin über Helsinki geflogen. Okay, das war es, was ich erzählen wollte. Na? An Helsinki gerade an genau diesem Tag ein Streik. Was bedeutet, dass ich meinen Anschlussflug verpasst habe und dann einfach eine Nacht auf dem Helsinki-Flughafen verbringen musste. Falls irgendjemand Tipps zum Helsinki-Airport braucht, sagt mir Bescheid. Ich kenne mich da komplett auswendig. Ich weiß überall, wo Steckdosen sind. Ich weiß, wo du nachts liegen kannst zum Schlafen. Ich habe da 24 Stunden verbracht. Habe am Laptop Serien geguckt. Habe wie in so schlechten Airport-Filmen quer über diese Bänke geschlafen. Es war scheiße. Aber irgendwann habe ich es gesagt. Dann haben die mir noch gesagt, dein Koffer ist weg. Der kommt nicht mit nach Russland. Der hängt noch ein bisschen in Helsinki rum. Dann ist er doch aufgetaucht in St. Peter. Es war eine Odyssee, Digga. Und zu dem Zeitpunkt war ich dann, glaube ich, schon gefühlt 30 Stunden wach. Und ich war auch noch den ganzen Tag und die halbe Nacht wach. Aber ich habe in jedem, in jedem Taxi, wir sind in ein Taxi gestiegen. Und drei Sekunden später ich... Und dann irgendwann der Dennis und Marvin, wir sind da, aufwachen. Und ich so, ich bin wo, Shisha? Und dann im nächsten Taxi wieder... So. Und so ging das den ganzen Tag. Ich glaube, ich habe acht Powernaps über diesen Tag verteilt in Taxis gemacht. Und sonst nicht geschlafen. Ja, heute Morgen ging es dann endlich weiter. Um 7 Uhr irgendwas ging der Flug. Und um irgendwie 11 Uhr... Nee, 11 Uhr haben wir jetzt, laut russischer Zeit. Irgendwie um 10 Uhr war ich da oder so. Direkt eine SIM-Karte geholt, damit ich Instagram-Stories machen kann. Priorities, Digga. Insta-Stories, dann Shisha. Fertig. Mehr gibt's nicht. Direkt Yandex-Taxi installieren, was irgendwie so das russische Uber ist. Und direkt in die nächste Shisha. Aber hier kommen jetzt gleich noch eine Dennis vorbei. Ich rauche jetzt ein Köpfchen. Ich habe einen schönen schwarzen Tee am Start. Ich habe mir ein Chicken-Sandwich bestellt. Und ich rauche Darkside Blackcurrant mit... Das ist es Leben, Freunde. Chicken-Sandwich-Köpfchen, Däschchen, Wunderbärchen. Super. Honigmelone und ein bisschen Supernova. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Wenn ich so drüber nachdenke. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein bisschen entspannen. Ein bisschen runterkommen. Bin fast eingepennt. Ich habe gar nicht geschlafen letzte Nacht. Also komplett durchgemacht. Ich merke es ein bisschen, aber es geht. Und ich bin einfach nur froh, jetzt ein Köpfchen zu haben und in Russland angekommen zu sein. Warum sind wir in Russland? Das ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiges Thema. Wahrscheinlich heißt das Video auch schon irgendwie in die Richtung. Also jetzt nicht mehr. Jetzt heißt Russio Vlog Basti Cutfix. Klassiker. Ab morgen geht hier die Hooker Club Show los. Das ist eine der größten und krassesten Messen, die es in Russland gibt. Und die wollen wir uns eben mal zusammen angucken. Aber hoffentlich heute auch noch ein bisschen was von St. Petersburg sehen. Und heute Abend ist schon ein sehr, sehr cooles Event von Alfaga. Das wollen wir uns auf jeden Fall so angucken. Ich genieße jetzt hier erstmal meine Pfeife und das Sandwich. Ich zeige euch aber erst einmal die Pfeife und was das für ein Kopf ist. Weil ich glaube, den kennt schon der eine oder andere von mir. Ich meine, es war eine Mami-Ball. Ich meine, es war eine Mami-Ball. Not sure though. Also hier erstmal schönes Chicken Sandwich gegönnt. Oh, die ist schon super. Und hinterher seht ihr schon schöne Vuka. Ist das eine Mami-Ball? Oben drauf eine Mami-Ball mit Salat Lotus 1. Drei Kohlen drin. Wer sagt, ich habe schlechte Erinnerungen, gell? Vier Jahre alt. Viereinhalb Jahre alt, die Erinnerung. Zack, Mami-Ball. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich rauche gerade, wie gesagt, Blackcurrant Honigmelone und Supernova. Blackcurrant Honigmelone Supernova. Halt, dein Maul war der geil, der Kopfmann. Da erinnert mich auch noch dran. Extrem geile Kombi. Schmeckt einfach lecker. Shisha war super schnell da. Shisha ist mega, mega intensiv. Super stark auch. Ich habe nur 5 von 10 bestellt, weil ich ja jetzt, weiß ich nicht, wie viele Stunden nichts mehr gegessen habe. Auf jeden Fall. Schwach. Gegenwarts Marvin, hätte die 8 genommen. Mindestens. Ein riesiges Loch im Bauch. Aber guckt euch mal die Rauchentwicklung an. Ich denke, das wird schon für sich sprechen. Ich hoffe, das kommt jetzt auf der Kamera so rüber. Aber auf jeden Fall mega geil. Sehr, sehr gut der erste Eindruck. Ohne Scheiß. Und die haben mich als Superanmann auch direkt in so einen Separator gesetzt. Das haben die in Russland super oft. Da gibt es mehrere kleine Räume. Da hängt ein Fernseher. Da ist eine Playseat dran. Kannst du dich mit 3 bis 8 Freunden hinsetzen. Kannst da Playseat zocken. Shisha rauchen. Super geil. Mega nice. Und Preissystem ist in Russland auch ein bisschen anders in manchen Bars. Aber ich glaube, da erzähle ich auch noch was zu, wenn ich mich richtig erinnere. Bin hyped. Genau, das war die Pheromon in St. Petersburg. Ja, nächstes Taxi. Kurz gefilmt. Dann Powernap. So, jetzt geht es erstmal ins Hotel. Schnell die Sachen wegbringen. Und dann wollen wir uns noch so ein paar Kleinigkeiten hier angucken. Ultra viel Zeit haben wir jetzt nicht für Sightseeing. Aber wenigstens so ein paar Sachen wollen wir uns... Digga, der Bart macht mich so fertig. Der Bart macht mich so fertig. ...doch mal angeguckt haben. So, wir waren noch kurz auf dem Hotelzimmer. Jetzt übrigens... Digga, damals hatte ich keine Kohle für nichts. Das waren so die absoluten Anfangszeiten, ne? Und dann hatte der Dennis von Shisha Onion ein Hotelzimmer. Und da war so eine Club Couch drin, ne? Und dann habe ich so lange Dennis vollgenörgelt, dass er mich auf dieser Club Couch hat schlafen lassen. Aber ich wollte koste es, was es wolle, auf diese Messe, Digga. Koste es, was es wolle. Ich habe die fünf Lumpen in den Koffer geschmissen. Habe auf dieser Club Couch gepennt. Es war mir scheißegal. Und wenn ich da auf dem Boden mit einer halben Decke vom Dennis gepennt hätte. Es war mir scheißegal. Ich wollte auf diese Messe. Digga, Hotelzimmer heiße. Ey, Dennis Sabi. Ey, der hat mittlerweile 40 Kilo, 50 Kilo abgenommen. Dennis ist ripped as fuck mittlerweile. Geisteskrank. Digga, wenn man mit dem Kollege hier unterwegs war, dass das dann danach so aussieht. Jetzt gibt es noch kurz Sightseeing. Und danach brauchen wir schon wieder eine Pfeife, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Deswegen, let's go. Und Leute, was richtig geil ist in Russland, ja? Es gibt Yandex.taxi. Ist eigentlich genau dasselbe wie Uber. Funktioniert auch genauso gut. Und ist einfach mega nice, weil wir jetzt für... Wie viel, Dennis? Wie viel haben wir bezahlt? 2, 2 Euro. 2,50. 2, 2 oder 2,5 Euro. Ich finde, der Bart geht voll klar. Mich macht der Bart auch fertig. Okay, schreibt es in die Kommentare. Bart gut oder Bart scheiße? Ich sage Bart scheiße. Obenrum, Mashallah, der Wikinger, Digga. Untenrum, Todesungepflegt, Shit. Und auch hier so Seiten. Nee, 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 nee. Mustache, immer on point. Rest geht nicht. Habe ich akzeptiert. Ist einfach so. Soll nicht sein. Euro bezahlt haben, dass wir direkt dahin gefahren werden, wo wir wollen. Und innerhalb von drei Minuten einfach da abgeholt werden, wo wir waren. Also mega, mega geil. Ja, und jetzt gucken wir uns eben noch so ein paar Sachen an. Später geht es wahrscheinlich noch mit den anderen Jungs in die Bar. Ansonsten ist heute Abend noch ein Event von Alfacher. Mal gucken, ob wir das mit der Bar schaffen. Ansonsten dann eben das Event später heute Abend. Leute, ein Funfact, den meine Mom unbedingt wollte, dass ich ihn weiß, ist, St. Petersburg hat mehr Brücken als Venedig. Das hat mir meine Mom, bevor ich dahin geflogen bin, hat mir meine Mom wirklich 392 Mal erzählt. Wusstest du eigentlich, Marvin, dass St. Petersburg mehr Brücken als Venedig hat? Und ich so, ne, mach Sachen, Digga. Das ist ja wild. Aber ist doch süß. Das heißt, wenn eure Freundin schon immer mal nach Venedig wollte, weil es ja so schön ist mit den ganzen Brücken. Einfach nach St. Petersburg. Hamburg auch. Hamburg weiß ich auch mittlerweile, ja. Können wir einfach nach St. Petersburg. Ganz einfach. Ja, dann haben wir uns da noch Dinge angeguckt. Gebäude. Ja. Unnützes Wissen, mit insgesamt 2500 Brücken ist Hamburg Europas Stadt mit den meisten Brücken und stellt Venedig, welches über rund 400 Brücken verfügt und damit in dem Ranking nur den fünften Platz belegt, klar in den Schatten. Auf Platz 2 und 3 der brückenreichsten europäischen Städte folgen Wien und Amsterdam. Ui, na, dann ist das ja gar nicht so krass. So, Peter, Paul haben wir uns angeguckt. Jetzt geht's noch zu Hermitage. Digga, die Straße und Autos teilweise so dreckig. Und auch generell zu St. Petersburg. Diese Stadt ist bipolar schön. Du bist an den Touri-Gegenden und es ist wunder, wunder, wunderschön. Du gehst um zwei, drei Ecken und alles ist so todes runtergekommen. Das ist geisteskrank. Das ist wirklich geisteskrank. Also, von schönen Ecken bis zu Ghetto und du denkst, du wirst in drei Sekunden ermordet, sind es da wirklich nur zwei Kreuzungen. Das ist heftig. Das ist heftig. Und ich meine, guckt euch das Auto vor uns an. Das war keine Seltenheit, dass Autos so ausgesehen haben. Digga, der muss komplett gerade durch Dschungel gefahren sein. Äh, wie hieß es noch? Hermitage. Pelesquare. Pelesquare und die Statue, die da auch ist. Das gucken wir uns jetzt noch an. Aber Leute, es ist so scheiße kalt. Ohne Witz. Ich glaube, es war Februar. Genau, es war der Übergang von Februar zu März. Kann ich nicht empfehlen für St. Petersburg. Es war todeskalt und todeswindig. Es ist zu krass kalt. Also, ich glaube, danach brauchen wir erstmal Tee und Shisha-Pause. Wobei, Metro wollen wir uns noch angucken. Und Metro sollte der Wind ein bisschen weniger krass sein. So, das sieht doch todesgeil aus. Gehst um drei Ecken, alles runtergekommen wie sauer. Dinger, guckt euch an, wie Ali aussah. Und dann haben wir noch Dampfkeller am Start. Der macht leider mittlerweile nichts mehr. Dann haben wir noch Hooker DM. Den gibt es zum Glück immer noch. Und Simon, der macht nur einmal die Woche eine Story für Alfacher. Grüße gehen raus, Simon. Ja, wie Ali einfach noch aus sei, Junge. Ali einfach zwölf in dem Video. Okay, wir haben die Jungs gefunden. Senior Dampfkeller, Shisha-Frau Mercedes. For everyone, Aljoscha aka Hooker und Hooker DM sind noch am Start. Der Dennis verfolgt uns unauffällig daheim. Wir wollen jetzt noch zur Blutkirche. Laufen deswegen hier durch die coolen Gassen. Aber es gibt ein riesen Problem mit St. Petersburg, Jungs. Und es ist fucking windig. Und der Wind ist fucking kalt. Das ist wirklich ein Sailor. Oder? Unnormal. 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 Safe. Es gibt eine Grundregel. Wenn du eine Kamera auf Dennis hältst, kommt immer ein gutes, altes Safe. Safe. Guck mal, was ein Ausblick. Besser wie Amsterdam. Aber Amsterdam hat mehr Brücken, falls ihr das noch nicht wusstet. Wusstest du eigentlich, Dennis? Was denn? Dass St. Petersburg mehr Brücken hat als Venedig? Nee, wusste ich nicht. Krass, oder? Heftige Sache. Verrückt. Okay, Dominik. Würdest du uns bitte über das historische Ereignis hinter diesem Gebäude aufklären? Ich habe selber keinen Plan. Du musst ja was ausdenken und so tun, als hättest du einen Plan. Ich habe noch nicht verstanden, wie YouTube funktioniert. An der Stelle. Okay, Marc. Dein Versuch. Ich habe keine Ahnung. Och, Mann. Ayosha. Ja? Warum heißt das Ding eigentlich Blutskirche? Da wurde ganz viel Blut vergossen. Musst du mal googeln. Plausibelste Antwort, die wir bekommen haben. Also, die Erklärung war richtig scheiße. Weißt du, was das Traurige war? Das ist ja immer noch die Beste, die ich gehört habe bis jetzt. Sehr, sehr coole Sehenswürdigkeit hier in Russland. Das sieht alles so ultra heiß aus. Keiner weiß so richtig, warum es eine ist. Jeder ist sich aber einig, dass es extrem geil aussieht und wir es deswegen unbedingt sehen wollen. Wenn Shisha-Dullis auf Touri machen, da wurde viel Blut vergossen, hab ich mal im Internets gläsen. Yandex ist bestellt, das nächste, sodass wir dann gleich schön ins Warme können und eine Pfeife rauchen können. Die Jungs machen aber noch ein paar Fotos. Dennis und Dominik unterhalten sich drüber, was sie als erstes saufen werden, sobald wir dann heute Abend unterwegs. Safe! Und die Jungs sind im Fototalk. Hast du jetzt Minivan bestellt eigentlich oder noch nicht? Wann kommt er denn? In vier Minuten. Ich rede nur noch durch die Kamera mit dir. In vier Minuten kommt er hier hin. Okay. Ist das vielleicht schon hinter dir, Koran? Weiß ich nicht. Warte. Oh, das könnte er sein. Was war er? Dennis, wenn du jetzt jedes Mal, wenn ich die Kamera auf dich halte und Peace bringst, und es ist so eine Farid Bang-Einstellung, der auch immer mit diesem Move. Hast du die Musik noch drunter gelegt, Basti? Ist geil, oder? Safe! Geil! Geil! So, wir sind durch bei einer Hule. Die Bars, Digga. Boah! Boah! Feierabend! Jetzt geht es weiter zum Alfacher Event. Da wird wahrscheinlich... Jede deutsche Bar kann einpacken. Period. Ein bisschen was erzählt, was ich schon in Dubai mitbekommen habe. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf den Rest. Und vor allem freue ich mich auf die ganzen Leute, die da sind. Digga, Alfacher hat so, so abgerissen mit diesem Event. Das war übertrieben krank. Digga, einfach... Einfach Man in Black waren da, Digga. Hier. Einfach Man in Black Security, Digga. Ein falscher Move. Pio! Bleat, du fliegst sofort nach Hause! Pio! Obacht! Auch Omera. Jede deutsche Bar kann einpacken gegen gute russische Bars. Jede! Bei den Tänzern musstest du aber aufpassen. Manchmal haben wir so Runden an Shots geholt und dann musst du immer so vorbei. Und die Habibis kamen aber immer so an gedanst. Obacht! Oh, da war sogar Arno, Digga. Das ist ja wild, Digga. Arno habe ich viel später in Dubai kennengelernt. Der war einfach da schon dabei. Das ist ja geisteskrank, Digga. Also das sagt euch natürlich gar nichts. Aber ihr müsst nur wissen, mit Arno hatte ich danach sehr, sehr viel zu tun. Und mit Arno habe ich immer noch Kontakt, obwohl er nicht mehr bei er arbeitet. Weil der Bro hier ist ein sick Motherfucker, Digga. Der hat schon etliche Ironman, Triathlon, Pipapo, halbe Ironman, alles. Der Junge ist eine Maschine. Arno, Grüße gehen raus. Und dass ich da schon fünf Meter neben dem stand und ich es nicht raffe und wir es beide nicht wussten, dass wir dann zusammen in Dubai chillen. So ein Beispiel. Ich wollte unbedingt in Dubai Auto fahren. Ich wollte unbedingt Auto fahren. Und ein Facher war so, nee, tut uns leid. Das sind Mietwagen. Das geht leider nicht. Ich so, Arno darf ich fahren. Hier fahr. Schmeißt mir eine Schlüssel zu. Zero fucks given, Digga. Arno ist zu geil. Das ist ja krank. Naja. Kaum in Russland. Attacke. Ach du heilige Scheiße. Oh, guck mal wer hier ist. Burak von Alfacher. Dann haben wir Simon von Shisha for Everyone. Hier sitzt glaube ich Dölit aka David. Den kenne ich nicht. Das ist Sascha von Smokebuster. Das ist Marc Dampfkeller. Das ist der Dominik von Hooker DM. Das ist der Dennis von Shisha Union. Das ist der Moritz von Mose. Und das ist der Martin von Mose. Das ist Martin. Komplette Show, die die da am Start hatten. Live Musik. Alles. Alles. Moritz von Mose. Direkt wieder Bischler am Business machen da. Weißt? Naja. Schön. Zehnhunderttausend Millionen von den Brisis nach Russland verkauft. Schnapp. Die Hubpfeifen fand ich so geil bei Alfacher. Habe ich mir direkt eine mitgenommen. Die habe ich in Russland auf der Messe mitgenommen. Die steht immer noch hier im Flur. Und die kannst du in der Mitte teilen, weil die Rauchsäule so todeslang ist. Guck mal, wen man da noch so sieht, Digga. Das ist der IGA. Er hat früher den Must Have Germany importiert. Schön die Fake-Verlourds. Jo, moin. Ich bin die Shisha-Wiki. Wieder mit dran. Wir sind hier vor meinem Pfarrer-Event. Ich freue mich, mich zu begrüßen. Zusammen sind wir hier mit. Ich weiß auch nicht, wie ich heiße. Ich bin ganz unbedeutend. Aber viel wichtiger ist die Person rechts von ihm. Einer Team brauchen mehr als genug. Andere Frauen brauchen jetzt schnell. Der Yasin von Black Shisha. Sascha, Moritz, Harley, Dölitz. Ich bin die SVG und damit zurück ins Studio. Hier ist das Studio. Vielen Dank für die Berichterstattung. Lieber Marten. Yasin von Black Shisha. Wie teilen die Rauchsäule? Du kannst die Pfeife hier an diesem Stück, kannst du alles oben abmachen und kannst dann den Teller hier drauf schrauben. Dann ist das deine komplette Rauchsäule. So habe ich die auch draußen stehen. Hi. Du bist Moritz von Mose. Achso, du bist nicht Moritz? Wer denn? Was machen wir denn jetzt? Wir waren ja eben noch bei Facha und jetzt? Echt? Ja, sorry. Ja, Fakin. Can I have the code? Okay. Can we join you? Yes. Perfect, thank you. Das ist so krank. Du weißt so ungefähr, wo diese Bar ist. Aber da ist kein Schild. Die Tür ist verschlossen und da ist ein Zahlencode dran. Und theoretisch kommst du nur rein, wenn du den Zahlencode weißt. Oder du bist so lucky wie wir und stehst davor und fragst dich gerade, okay, wie kommen wir da jetzt rein? Und dann kommt ein Mitarbeiter an dir vorbei gerannt und macht dir die Tür auf. Lucky. So, ich hoffe, ihr könnt mich halbwegs sehen und hören. Wow. Das war ein krasser Effekt. Also, das war sehr, sehr komisch, diese Aufnahme von mir. Aber ihr müsst bedenken, zu dem Zeitpunkt war ich halt 43 Stunden wach oder so. Achtung, richtig verrückter Effekt. Psych. Also. Es tut mir leid. Ich war zu lange wach. Wir waren bei Alpacha. Alpacha war mega cool. Dennis labert mir rein. Danke dafür. Wir sind jetzt noch weiter in Huka Box gegangen. Das ist todespeinlich, Digga. Das ist wirklich todespeinlich. Ich war so müde. Ich war so jung. Ich war so dumm. Was soll ich dir sagen? Kennerin spricht einfach Deutsch. Mega geil. Das ist da zu wild. Moritz ist da. Das ist Alex von Shishadome. Und nicht so. Er ist ein Kumpel von Dennis. Ich kannte Alex nicht, Digga. Oh Mann. Freund von Dennis. Das Name ich noch nicht weiß. Aber ich hoffe, ich werde es gleich noch mal lernen. Maschine ist bereit. Der gute Martin ist da. Sag ich jetzt Dölit oder David? Dölit. Dölit. Dölit ist da. Hallöchen. Der macht TikTok. TikTok? Boah, sogar dabei ist schon Thema gewesen. Krass. Okay. Können Sie bitte aufhören? Ali hat irgendwann herausgefunden, dass er den Lichtschalter neben sich hat und hat dann anderen für andere das Licht an- und ausgemacht. Also wir waren alle dumm und jung. Guck mal hin. Digga, dass uns da nicht direkt acht saure Russen aufs Maul gehauen haben, ist wirklich alles. Ali, warum hast du uns solcher Gefahr ausgesetzt, Digga? Hast du Spaß, ja? Schon ein bisschen. So, Leute. Zum Glück waren wir alle dumm und assi und scheiße. Das ist mittlerweile zehn nach eins. Ich bin seit vorgestern um sieben Uhr morgen wach. Hab am Flughafen kein Auge zugemacht. Ich kann nicht mehr mehr reden. Oh Gott, war das belohnend, als ich da nach der Dusche im Bett gelandet bin. Heilige Scheiße. Mega krass. Heftige erste Eindrücke. Ich bin ultra gespannt morgen auf die Messe. Ich meine, das war ja praktisch nur der Vorabend zu dem, was hier eigentlich so abgehen soll. Deswegen mega geil. Ich bin ultra gespannt, was morgen abgeht. Ich freue mich einfach drauf. Aber jetzt zurück ins Hotel. Und Leute, ich werde mir keinen fucking Wecker stellen. Auf keinen. Ja, ja. Ich habe die ersten paar Stunden von der Messe verschlafen, aber nach 48 Stunden wach war ich... Boah. Auf jeden Fall. So, die Hauptstraßen wunderschön. Du biegst zweimal ab. Shit hole. Boah Leute, ich bin so... So krass Mühe. Ich war wirklich fix und fertig. So, jetzt denkt man so geil, Marvin kommt in sein Zimmer, er wacht auf, er sitzt auf dem Bett. Digga, ich habe auf einer scheiß Club Couch geschlafen, aber es war egal. Ich war ein Russland, ich war auf der Messe. Oh, Junge hat sich das gut angefühlt, so schön lange zu schlafen. Wir haben mittlerweile... Schön im SWG-Polo. Represent! Viertel vor 10. Eigentlich geht die Messe um 10 los, aber Freitag um 10 ist eh noch nicht so viel. Deswegen war mir auf jeden Fall lieber einmal richtig schön ausschlafen und ein bisschen Schlaf nachholen. Ich glaube, ich habe es ja gestern noch gesagt. Ich glaube, ich war an die 48 Stunden. Wir waren zwei volle Tage und wir haben sechs Stunden gefehlt oder so. Aber ich bin 42 Stunden wach. Weiß ich nicht. Guck mal, meine Mathe-Skills haben sich auch verbessert. Nice. 42 Stunden oder sowas waren es jetzt insgesamt. Auf jeden Fall wollte ich lieber ordentlich ausschlafen, sodass ich die Messe dann auch genießen kann. Ich denke, drei Tage werden eh mehr als genug sein. Also wenn ich mir jetzt das mit der Frankfurter Messe vorstelle, die ja einen Ticken kleiner sein soll, dann sollten drei Tage auf jeden Fall auch noch mehr als genügend sein für die Huka Club Show. Ja, wir müssen jetzt gleich aus dem Hotel raus. Das heißt, wir checken aus, gehen irgendwas frühstücken, kaufen vielleicht noch was ein und dann geht es auch schon auf die Huka Club Show. Okay, wir wurden gerade fast überfahren. Zumindest ich. Dennis ist schön stehen geblieben. Was ist denn das für ein Markt denn? Ist das einfach ein Supermarkt oder ein Marktmarkt? Ein 24-7-Markt. Ja. Also ein Supermarkt. Richtig. Ist es der hier? Der da. Okay, also wir gehen jetzt in den Supermarkt. Ich würde einfach mal gucken, was es so in Russland im Supermarkt gibt. Vielleicht gibt es ja irgendwelche verrückte Sachen. Ich habe auf jeden Fall schon M&M-Schokolade. Digga, ich sage euch, im Ausland für mich, Supermarkt ist eine bessere Attraktion als da irgendwie eine von den 592 Kirchen, die da rumstehen. Ich finde das so geil im Ausland durch den Supermarkt zu schlendern und zu gucken, was die alles an geilen Scheiß haben. Süßigkeiten, Essen, Trinken, alles Digga. Ich nehme alles mit. Ich packe alles ein. Ich finde es brutal geil. Ich habe die Schokolade gesehen, was geil ist. Und keine Ahnung. Ich mache das einfach voll gerne in anderen Ländern. Ich glaube, ich habe das auch... Hat sich nicht geändert. ...in Dubai gesagt. Da direkt mal 500 Süßigkeiten einkaufen. Steger. Das wusste ich gar nicht mehr. Das hier war der Kumpel von Dennis, aka Alex. Alex, der Ehrenbruder, hat mir in Russland schon mit meinem Gepäck geholfen. Digga, der war... Also, ich sage euch ja immer, Alex ist so überkorrekt. Aber hier habt ihr das Beispiel vor vier Jahren. Wir kannten uns seit, weiß ich nicht, zehn Stunden und er hat mir schon geholfen mit meinem Gepäck. Wie überkorrekt ist das? Geisteskrank. So, mein Mikrofon hat sich leider endgültig verabschiedet. Deswegen dürfen wir jetzt mit dem... Stimmt, dann ist mir das Mikrofon gefetzt und das war der Grund, warum da nie was kam. ...onboard-Sound von der Kamera leben. Wir sind jetzt schon beim Expo-Gelände angekommen. Wir haben schon ins neue Hotel eingecheckt. Wir sind hier direkt neben der Messe... Das ist ziemlich geil. Neben dem Messe-Gelände war direkt ein Hilton-Hotel und da hat Dennis dann ein Zimmer genommen. Und ich habe wieder die Couch genommen. Sehr, sehr nice, falls man sich irgendwas holt, was man im Hotelzimmer verstauen muss. Jetzt laufen wir zum Eingang, holen uns die Tickets. Oh, und ich habe Sachen im Hotelzimmer verstaut. Ich bin mit einem Koffer hin und mit zwei wieder heim. Ich glaube, ich habe drei Pfeifen, vier Pfeifen mitgenommen, etliche Köpfe mitgenommen und Tabak ohne Ende. Wenn wir endlich haben starten, dann gibt es doch endlich mal eine Shisha. Ich habe sogar noch am Flughafen in St. Petersburg ein bisschen Tabak weglegen müssen, weil ich sonst viel zu viel hätte von den Freimengen her. Also auch von den über die Freimenge her viel zu viel. 77 Euro für ein Drei-Tages-Ticket, aber ja, hilft wohl nix, ne? Der Kante in Deutschland war Blackburn noch nicht bekannt. So klar, jeder kennt jetzt Blackburn Green Tea, Blackburn Haribond. Das war vor viereinhalb Jahren. Das waren ganz andere Zeiten damals. Und Blackburn schon mit so einem kranken Stand abgerissen. Digga. Die Stände unnormal. Und so viele wilde Tabak-Sorten. Und auch die Pfeifen so. Klar, ihr seht die jetzt und denkt, ja, habe ich schon mal in Deutschland gesehen. Vor viereinhalb Jahren kannte das keine scheiß Sau, Digga. Keiner. DSH. Auch so nice. Ich glaube, da habe ich zum ersten Mal in live eine McCloud Odyssey gesehen. Und war todesverliebt und jetzt steht sie hier hinter mir. Das ist sick. Das ist sick. Element Tabak. Brutal. Ho! Tarek hatte damals auch einen Shisha-Block. Und hinter mir, ihr seht es leider gerade nicht so gut. Warte. Ist noch Konsti am Start, Digga. Ganz, ganz wild. Bei den Element-Ladies hatte auch der ein oder andere von uns einen guten Crush, Du. Plasma war so das russische Äquivalent zu Shisha-Squeeze. 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 Genau das Mundstück habe ich mir dort gekauft und das habe ich heute auch immer noch. Zu geil mit diesen Perlen. Ich habe es so geliebt. Ich habe das gesehen und ich war so, das nehme ich mit heim. Dich nehme ich mit heim, Digga. Japona stand, Japona stand auch übertrieben geil. Werkbundstand. Sogar noch mit den Werkbund Shishas. Krass. Ich glaube, die Pikachu-Bowl habe ich auch da mitgenommen. Und da sitzt der Mo. Und der Pascal von Aeon. Die waren nämlich auch dort in Russland. Mo kannte ich noch gar nicht. Der war für mich kompletter Stranger, der mit den Aeon-Jungs abhing. Der hat da glaube ich auch noch gar nicht bei Aeon gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Der war einfach nur schon gut mit denen. Und die waren halt so Shisha-Buddies. Und dann sind die zusammen nach Russland geflogen. Es ist so krass, diese Veränderungen über vier Jahre zu sehen, ey. Holy Shit. Aber jo. Einfach der Mo da mit am Start. Ist das krank, wie viele Leute ich da gefilmt habe, die ich zu der Zeit noch nicht kannte, die ich jetzt gut kenne. Das war übrigens, dieses Smoke Angels war eine Untermarke von Darkseid, wo die Dadi Release Party gleichzeitig mit der Hooker Club Show gefeiert haben. Der Eingangsbereich mit den Sorten, das war so krank präsentiert. Heftig. So Leute, ich glaube zwar nicht, dass ihr noch überhaupt was sehen könnt. Aber wir waren gerade noch bei dem John Cagliano Event. War ganz cool. Hatten nur leider nicht so ultra viele Pfeifen. Das war ein bisschen sad. Das war ein bisschen sad. Jetzt alle ein bisschen schmacht und gehen noch weiter. Aber John Cagliano bringt zusammen mit Darkseid eigenen Tabak raus. Vier Sorten gibt es da schon. Und sogar eine Pfeife. Sieht ganz cool aus. Lässt sich gut rauchen. Und auch der Tabak schmeckt echt gut. Die haben zum Beispiel eine Sorte, die heißt Korn. Also ist irgendwas so Maismäßiges. Schmeckt so ein bisschen wie Frühstücksterialien. Das war basically Corn Flakes. Witzig. Die anderen Jungs sind nicht beim Event mit dabei waren. Sind jetzt noch in einer Bar. Ich glaube Nuachule Elektro oder irgendwie ähnlich. Auch super krankbar. Und da sollten wir laut Yandex Taxi in einer Minute da sein. Deswegen schauen wir uns mal an. Mal gucken wie es da ist. Das ist der Philipp von Hukain. Der Chef von Hukain. Der ist ja auch auf einmal gespawnt in Russland. Der Yasin. Ich glaube hier sitzt Sakamoto oder hier links aus dem Bild. Auf einer von den beiden Seiten sitzt Sakamoto. Da habe ich Sakamoto auch zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Ne, okay, rechts nicht, dann saß er hier, okay, da sitzt niemand, perfekt. Irgendwo war da auch Sakamoto, Digga. Da ist schon eine schöne Mettperger auch, du, oi, 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 oi. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, Sakamoto war da irgendwo. So, Leute, Tag 1 ist rum, Messe war ultrageil, Baben. Mal wieder zurück auf die Club Couch. Der Versuch war auch noch mega cool, das Event war noch sehr, sehr schön. Jetzt bin ich aber platt, jetzt geht es noch schnell duschen, dann noch ein bisschen Musik hören und dann ist Feierabend. Weil morgen muss man ja auch wieder fit sein, morgen ist der erste offizielle Tag, heute war ja wieder so ein B2B-Ding. Was die Pfeifen in den Bars gekostet haben, alle so zwischen 15 und 25 Euro, meistens so um die 20 Euro rum, ja. Morgen fit sein, deswegen jetzt, ja, ja, buh, buh. So, einen wunderschönen guten Morgen von Tag 3. Es ist schon der Sonntag, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist denn mit dem Samstag passiert. Gestern habe ich mich ein bisschen mehr auf Instagram konzentriert, habe da Storys gemacht, habt ihr hoffentlich auch gesehen. Ansonsten schaut nochmal bei Instagram rein. Morgen Dutinen. Ich war eben schon bereit zu korrigieren, Basti, da war wahrscheinlich noch SVG.hooker oder so oder Shisha-WG-Official oder irgendwie sowas. Stark, Basti, stark. Da werde ich euch auf jeden Fall noch ein Highlight reinpacken und dann könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Heute nehme ich euch aber wieder mit, wir laufen ein bisschen über die Messe, gucken, was so geht. Heute wird es ein bisschen entspannter, die letzten zwei Tage waren echt krass anstrengend. Deswegen ist unser heutiges Ziel, ein bisschen entspannter die Sache angehen, ein bisschen mehr Pfeife rauchen, vielleicht hier und da in die VIP-Areas reinschleichen, wenn das geht. Ging nicht oft. Und da ein bisschen entspannt. Cola trinken, ja. Moloko gibt es hier gar nicht, oder Dennis? Nein, gar nicht. Moloko und Shisha war kein Ding in Russland. Moloko und Shisha ist irgendwie an den Russen vorbeigegangen. Ja, eine Cola trinken oder sowas und da immer schön Pfeife rauchen, das wäre auf jeden Fall nice. Ich habe gerade schon mal ein bisschen Koffer gepackt, hier kann ich euch mal zeigen. Das war der neue Koffer, der zweite Koffer. Burn hat gestern heftig gegönnt, in der Tüte hinter der Tasche habe ich auch nochmal was. Boah, da habe ich alles noch auf dem alten MacBook Air geschnitten, das war ja auch so Krise. Das Ding ist immer fast explodiert, wenn ich geschnitten habe. Ei, 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 ei. Neues Handgepäck, mein Rucksack muss dann irgendwie hier mit rein und das ist mein eigentliches Gepäck. Das Problem ist, alle Klamotten, die da drin sind, sind im Moment nur da drin, um irgendetwas einzupacken. Oh, oh, guck mal hier, guck mal hier, was ist das? Was sehen wir hier? Das hier ist der ESS-HMD. Warte, ich habe ihn doch hier. Das, was ihr genau hier im Koffer seht, ist exakt dieses Ding. Vor viereinhalb Jahren aus Russland mitgebracht. Immer noch hier. Das ist so nice. Zum Glück hatte ich nicht so viele Klamotten dabei. Ich habe das bisschen, dann habe ich noch eine andere Hose und das war es dann auch schon. Plus, was ich anhabe, selbstverständlich. Ich muss echt mal gucken, ob ich alle Klamotten wieder mitnehmen kann. Da hinten lag noch mehr Tabak, der von mir war. Oh Gott. Ich meine ja dann das, das sind immer 100 Gramm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn. Das sind 1,8 Kilo, Marvin. Wie sagen wir mal so? Das hier hat auf jeden Fall Vorrang, ne? Ups, falsch rum? Ja. Das hat auf jeden Fall Vorrang. Boah, habe ich lange an dem Zeug geraucht, ey. Geil. Bauen wir auf jeden Fall mal, wir machen uns ready, noch duschen und sowas. Ich habe so viel Zeug mitgenommen. Und dann gehe ich wieder rüber auf die Messe. Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir doch rauf. So, Beweis, dass es wirklich kalt war. Direkt mal rüber zur Hooker Club Shop. Dem Zoll sagen sie DVDs, hat nicht funktioniert, Marc. Burn ist Virginia Line, oder? Nee, Burn war beides. Du siehst in dem Koffer, alles was hell ist, war die Virginia Line. Alles was dunkel ist, war die Darkman Line. So einfach war das. Wie machen wir uns? Ich würde sagen, dann gehen wir doch auch direkt mal rüber zur Hooker Club Shop. Das war so geil, du musstest nicht mal rausgehen. Du konntest von dem Hotel direkt in die Lobby von der Messe gehen. Das war brutal. Ich glaube, ich bin auch immer das erste Mal abends rausgegangen, um zu irgendeiner Shisha-Bar zu fahren. Hotelfrühstück, Messe, wieder Hotel, dann Shisha-Bar und Abendessen. Perfekt plan, Digga. Daily Hooker ist übrigens Star Line. Also Star Line gibt es nicht in Russland, das heißt dort Daily, Daily Hooker. Da waren wir, glaube ich, auch noch sehr, sehr früh drin. Da war auch noch fast nichts an. Ja, guck, da haben die gerade auch die ganzen Köpfe gebaut. Das war schon krass. Das waren einige internationale Brands, aber größtenteils war es wirklich russische Sachen. Was natürlich als Superallmann, der da hinreist, unglaublich geil war, ne? Weil es super viel neues Zeug gab. Das ist Revoschi? Das ist Revoschi, Digga. Die hatte ich da noch gar nicht auf dem Schirm. Ist das wild. Das ist immer noch derselbe Messestand wie heute, Digga. Ja, man sieht es hier drüben an dem grünen Stern, der da oben drauf ist. Das war echt Revoschi. Krass, die kannte ich damals nicht. Das ist 1 zu 1 derselbe Messestand. Die dreisten W****er, Digga. Alle kaufen immer die ganze Zeit neue Messestände für 300k. Revoschi so, nein, der ist noch gut, den nehmen wir nochmal. Kein Problem. Aber ist ja auch gut. Ist ja auch ein cooler Stand und ein cooles Markenzeichen mittlerweile. Weißt immer direkt, wo Revoschi ist. Der Facherstand war sick, Digga. Boah, das war so peinlich, Digga. Hier war so ein Panel und dann sollten wir zu irgendwas ein Panel halten, wo die uns dann ausgefragt haben, wie in Deutschland geraucht wird oder irgendwie sowas. Und dann war da der Sascha von Smokebusters und Sascha ist ein lieber Kerl, Digga. Aber Sascha kann wirklich, also ich hoffe, es ist heute besser, Digga. Aber damals konnte Sascha wirklich kein Wort englisch. Ich saß neben dem und er so, the HMD in Germany, not many peoples smoking in the land using the peoples more, the Kamin. The Kamin often using in Germany and that's good. Und ich war so, Digga, wirklich direkt hier den Superallmann raushängen lassen, Alter. Die werden alle denken, die scheiß Kartoffeln können kein scheiß Wort englisch, Mann. Sascha, bitte lass mich kurz reden, please. Ich übernehme. Das ist kein Problem. Ich mach das kurz. Bro, bitte, 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 gib kurz Wort. Gib kurz Wort, bitte. Auch eigentlich eine sehr schöne Pfeife, ne? Amberry, also ukrainische Marke auf der Messe in Russland. Guess that's not happening anymore. Und so viel geiles Zubehör, Digga. So viele coole Mundstücke, so viele coole Hygienemundstücke, so viele coole Teller. Es gab so viel geilen Scheiß dort. Ein paar arabische Marke waren auch da, aber auch sehr, sehr wenige. Gut, Alfaha zählt theoretisch natürlich auch als arabische Marke. Social aus US of A, auch wichtig und richtig. Masaya hat er seinen Russland-Downch gefeiert. Coco Prico war da, auch wild. Chaos war da am Start, auch ganz, ganz krass als deutsche Marke. Adam and Iva. Erstmal ein bisschen Dark Blend reinfetzen bei Dark Side, ne? Wichtig und richtig, Freunde. Was hab ich da geraucht? Cherry Cookie Ice Cream Mint. Um Gottes willen, klingt das schrecklich. Hab ich die geraucht oder nur gefilmt? Boah, der schöne Vosco Rims, ja, Digga. Geil. Und so ein schöner Fake Lotus 1. Oh, dann durften wir zu Spectrum in die VIP-Area. Ui, ui. Da gab es damals, heute kann ich es leaken, da gab es damals schon Gespräche, ob das Leute nach Deutschland holen. Und es ist nie was draus geworden. Ich war so traurig. Aber jetzt seht ihr mal, wie lange da Leute dran arbeiten müssen, dass so ein Zeug endlich auf den deutschen Markt kommt. Und dann hast du wieder den Heinz-Peter, der in die Kommentare schreibt, hey, hol doch einfach diese russische Marke nach Deutschland. Verstehe ich nicht. Glaube ich dir, dass du das nicht verstehst, Heinz-Peter. Glaube ich dir. Da wollte ich auch unbedingt ein Bild machen, habe ich auch gemacht, wie ein kleiner Fanboy. Aber das waren andere Zeiten, Digga. Ich war viel jünger, ich bin noch viel weniger rumgekommen, hatte so wenig Erfahrung. Und da war der kleine Marvin einfach wegen Shisha in Russland auf einer Messe, Digga. Ich war so im Dauerhype, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Was dieser Shisha-Kram mir alles schon an Reisen und Experiences ermöglicht hat, das ist so krank. Das ist so krank. Und ich habe es jetzt ein paar Mal erwähnt, es war mir wirklich scheißegal, wo ich geschah. Wenn irgendjemand irgendeinen Scheißfleck in seinem Hotelzimmer frei hatte, ich penne einfach auf den Boden. Es ist mir egal. Ich wollte da unbedingt hin. Unbedingt. Und ich war da. Und das war schon, da kann man schon einen kleinen Klose machen. Das war krass. Das war krass. Boah, der stand auch wunderschön. Das war der Elementstand. Sick. Der Oblaku-Stand. Ratet mal, wer sich da ungefähr 83 Oblacos gesaved hat, Junge. Ich weiß nicht, ob ich es zeige, aber ich bin irgendwann so hin und mal so. Ich will den. Ich will den. Und der ist auch noch toll. Und die zwei brauche ich noch. Und von dem Meerloch habe ich noch keinen genommen. Da nehme ich auch noch zwei. Und die Farbe ist auch noch schön. Packen wir auch noch einen. Und oh, ihr habt auch Monos da. Da nehme ich noch drei Monos. Ah, die Bodo, Digga. Die habe ich auch Jahre, Jahre lang hat mich diese Pfeife noch verfeuert. Oh, guck mal. Kennt ihr diese Bowls? Ja, ja. In Russland wird Copyright groß geschrieben. Aber nur, weil es in Kyrillisch auch keine Kleinbuchstaben gibt. Ha! Alpha, Digga. Big fan, big fan. Mal klaut. Boah, eine goldene Dragon. Nee, eine Lily. Boah, Feierabend, Digga. Guck dir das Gerät mal an. Die hat auch irgendwie umgerechnet 7000 Euro oder sowas gekostet. Also das Teil gehört irgendwie zur Shisha dazu. Ich habe die auch nie wieder gesehen. Nur dort. Ganz, ganz krass. Und ich glaube, da war auch irgendwo die Odyssey. Ich meine sogar hier, aber da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht sehen wir gleich noch die Odyssey. Ah, da war die Odyssey. Ja. Und seit diesem Tag habe ich von der Odyssey geträumt, Digga. Und die steht jetzt auch mittlerweile hinter mir. Das ist alles schon krank. Oh, da gab es noch die Hawk Hooker. Und ich habe den so zugetextet, weil ich unbedingt eine von denen mitnehmen wollte. Weil damals, again, vor viereinhalb Jahren, gab es keine Pfeifen mit schönem Blow-Off. Und dann gab es dort die Hawk mit dem Teller-Blow-Off. Und alle waren so. Heilige Scheiße, sieht das geil aus. Was ist das für eine Shisha? Und jeder wollte die Hawk haben. Ich glaube, wir sind mit fünf, mit fünf Allmanns sind wir zu diesem Stand und waren so. We want that Hooker. What is the price of the Hark Hooker? Can we please take it now? We bring it to the Germany. Please give. We take five pieces, please. Give now. Oh, wir sind so ausgerastet. Wir waren so mindblown, Digga. Wir waren so mindblown. Heute jeder so, ja, Herr Teller-Blow-Off doch normal. Damals nicht! Lustig, den Clip mit der Hawk Hooker habe ich damals im Livestream aus deinem Wohnzimmer das erste Mal gesehen. Meine erste Pfeife damals, nachdem ich da einen Kanal gefunden habe. Krass, Digga. Krass. Geil. Oh Gott, ich kriege schon Muskelkater, weil ich dir gar nicht im Gesicht, weil ich die ganze Zeit grinsen muss, weil es so geil ist. Das war der Chicava-Stand. Die hatten da so getunte Autos und da hatte Chicava nur so eine Kack-Ecke mit zwei Kohleanzündern, zwei Klapptischen und ein paar Shishas. So war damals das Level von Chicava. Heute mittlerweile weltweite Shisha-Macht. Guckt euch den Kack-Stand nochmal an. Da, das war die Ecke von Chicava damals. Geisteskrank, oder? Gab es auch ganz, ganz viele kleine Stände. Super cool. Die sah damals so fancy aus. Auch verrückter Blow-Off. Wie gesagt, damals war das alles andere als normal. Ich finde das Logo immer noch saucool. Bonche. Der Bonche Tabak und die Bonche Köpfe. Auch damals schon getestet dort. Was? Dankeschön. Marvin hatte damals schon viel gemacht. Ich habe dann die Musik noch gemacht, Sound allgemein und dann zur Musik die Bilder noch passend geschnitten. Stimmt meine Erinnerung noch, Basti, dass mein Schnitt bis zu dem Punkt basically fertig war, oder? Ich glaube, bis zu Minute 14 war das Video komplett fertig und danach war es noch relativ roh, oder? Ich meine, ich habe bis zur Messe geschnitten. Dann habe ich festgestellt, mein Mikrofon ist broken und dann war ich so demotiviert, dass ich es nie weitergemacht habe. Das ist der Grund, warum ihr vor viereinhalb Jahren dieses Video nicht gesehen habt. Ja, Mann. Alles voll mit Mad Pairs bei Bonche. Ja, okay. Also so war es, ne? Bis hier habe ich es selbst geschnitten und den Rest hat Basti jetzt. Also man kann sagen, wir haben viereinhalb Jahre an diesem Video gearbeitet. Das wäre ziemlich traurig. Also sagen wir mal, ich habe einige Stunden reingesteckt vor viereinhalb Jahren und Basti hat jetzt noch mal ein paar Stunden reingesteckt. Und Musik, stimmt. Die hatte ich auch noch nicht so war. Ja. 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 Boah, da gab es diese Leuchte und Bowls. Werbung und auch wunderschöner Stand. Boah, derger, wirklich, kauf dir doch mal einen scheiß Gimbal oder eine neue Kamera. Manual. Die waren auch wild. Die haben auch irgendwie 1000 Euro gekostet und kamen in diesem Kopf. Oh, da gab es auch schon Freigate. Oh, Junge, da war aber Abfahrt, du. Da war aber Abfahrt. Auch mit irgendeinem komischen Kopf. Da erst mal Mais rauchen bei Sibero. Klar. Kennt man. Stimmt, da kamen die Sibonacci. Oh, und die Fibonacci habe ich da auch zum ersten Mal gesehen. Ein Traum, Digga. Ja, steht auch mittlerweile bei mir. Das ist wirklich geil. Oh, pass. Ich glaube, an dem Stand kamen ein paar ganz wilde Pfeifen. Ja, 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 ja. Ich sag's nochmal, Copyright wird in Russland einfach groß geschrieben und deswegen gab's hier von Geometry Hooker auch die wunderschöne AMG-Version und auch die Marvel-Version. Da war, glaube ich, auch Sakamoto dabei. Na, war ein Tarek. Krass. Es gab eine Monopoly-Version von Spectrum in Russland. Das ist ja geisteskrank, Digga. Das brauche ich unbedingt im Büro. Das ist ja so wild. Einfach Shisha-Monopoly oder was? Sick. Leo auch so ein Spectrum-Monopoly. Es gibt auch von Union Hooker einen Tafler, also einen Backgammon. Gibt's auch. Ich glaube, der Dennis hat eins. Wollte ich auch immer haben, bin noch nie dran gekommen. Das sind so Sachen, wenn das jemand finden würde als Geschenk, ich würde ausrasten. Einen wunderschönen guten Morgen um 4 Uhr. Boah, stimmt. Ich bin gottlos früh zurückgeflogen. Auf zum Flughafen. Es geht heim nach Deutschland. Mit viel zu viel Gepäck. Mit viel zu viel Tabak, Bruder. Sei doch herrlich. Und ich hoffe, die f*** mich nicht am Flughafen. They did not, but slightly. Also von Bezahlen her gef***t, aber nicht gef***t. Versteht ihr? Digga, das Taxi ist hier halb aus. Dann hat mich da mitten in der Nacht am Hotel hat mich so ein Schon-Auseinand-Beddy. Vielleicht sieht man das Auto gleich nochmal von außen. Das sah so scheiße aus, Digga. Das ist schon halb auseinandergefallen. Dann ist er da nicht reingekommen. Dann wollte er mich da bei irgendeiner Schranke irgendwo im Nirgendwo in Russland rauslassen. Ich war so, Bruder, halt dein Maul. Du fährst mich jetzt zum Flughafen. Ich habe bis zum Flughafen bezahlt. Du fährst mich jetzt zum Flughafen. Dann hat er da irgendwie ein paar Laber geschoben an dieser Klingel da. Und dann haben die den da irgendwie reingelassen. Burkovo. Aber nur noch Petersburg. Sand ist ausgefallen. Und das war mein Trip nach Russland. Das ist eine von vielen, vielen, vielen unvergesslichen Erinnerungen, die ich durch dieses ganze Shisha-Ding schon erleben durfte. Und bis heute immer noch eine der Besondersten und eine der Schönsten. Und dann noch mal ein Danke an Basti, dass er das jetzt einfach still und heimlich fertig geschnitten hat. Ich habe mich sehr gefreut. Und hat wirklich sehr, sehr viele Erinnerungen wieder aufgewühlt. Einfach wunderschön. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen.